Hallo, mein Name ist Daniel Behler von Browning Deutschland. Ich möchte Ihnen heute unsere neue Pro-Trap-Version der Fantasy 25 vorstellen. Wie Sie schon sehen, mit High-Rip, Full Adjustable, d.h. Forteinstellbar. Wir haben Arbeit mit Gewichten im Laufbündel, vorne und hinten. Wir haben eine voll einstellbare Hinterschaft, d.h. gewichtmäßig und auch adjustable höhenmäßig. Wir haben austauschbare Abzüge, kommen in 3 Varianten. Mitgeliefert werden Extendable Jokes 8-fach. Wir haben zudem einstellbare Abzüge, d.h. längs einstellbar. Die Lauflänge der Flinte verfügbar in 86 cm und 80 cm.